Hi, mein Name ist Sven Krasim von der Stranger Movement Area aus dem Herzen von Landsberg am Lech. Hier trainieren wir Leute, die keinen Bock haben auf ein klassisches Fitnessstudio. Früher war ich Leistungssportler im Bereich Fußball und habe einige intensive Wettkämpfe und einige intensive Einheiten hinter mich gebracht, aber auch Verletzungen davongetragen, die mir dann erst später nach meiner Fußballkarriere so einiges widergespiegelt haben. Sprich, ich war unbeweglich, ich war steif, ich hatte Schmerzen. Ich hatte Schmerzen, mit meinem Sohn im Garten überhaupt noch ein bisschen Fußball zu spielen. Aufgrund dieser Einschränkungen habe ich mich entschlossen, meine Fortbildungen, meine Zertifizierungen zu besuchen, die mir das wieder ermöglichen, was ich heute habe. Nämlich, heute bin ich beweglicher, stabiler und kräftiger, als dass ich jemals in meiner Karriere war. Hier in der Area trainieren wir Menschen, die ähnliche Probleme haben wie ich damals, sprich, sie haben vielleicht Rückenschmerzen, sie haben Hüftschmerzen, sie haben Knieschmerzen oder vielleicht auch sogar Schulterschmerzen und sie wissen nicht, wie sie sie loswerden wollen, um ihren Alltag wieder zu bewältigen. Möchtest auch du mehr Lebensqualität, mehr Alltagsbelastbarkeit, mehr Beweglichkeit, mehr Stärke und einfach mehr Lebensfreude erlangen, dann ruf mich an, vereinbare mit mir ein Probetraining. Ich freue mich auf dich, dein Sven Krasin von der Strenching Movement Area.